So, nächste Challenge hier, oder was? Nein! Doch. Nein! Boah, das war aber ganz knapp hier, ey. Jetzt mach ich das. Ich hab das im Gefühl. Oh, ich sag's dir. Nein! Und jetzt hier der Sprung. Und! Und! Nein! Oh! Da wollte ich nicht aus dem Flow rauskommen und bin dadurch aus dem Flow rausgekommen. Das ist wirklich ärgerlich. Ja, in der Tat. In der Tat? In der Tat! Halbziehen, Abwehrkräfte für die Haare. Nein! Boah, ich schaff diesen einen nicht, ey. Das ist ja der Hammer. Oh, Heidi, sorgt für das runterfüllen. Oh! Oh, Heidi, scheiß die Wand da, ey. Oh, so Peter. Ja, ja, wir... Nein! Oh mein Gott, dann hab ich diesen Guru-Sprung. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich geh nicht klar. Nein! Ich geh nicht klar. Nein! Ich geh nicht klar. Mann, du sprichst immer gegen die verkackte Ecke. Ich bin gegen die Kante gesprungen, Mama. Wo ist er denn jetzt hin? Ich weiß nicht, wo der ist. Da! Der läuft gerade auf die Leiter. Ja, das stimmt. Oh, Null! Was machst du denn? Ich freu mich an, wenn Peter sofort hier ist. Dann kann er mit mir mal kurz beraten, wie man das macht. Was ist da, Peter? Scheiße! Oh, Mann! Oh, Luca, ey. Das kann nicht wahr sein. Luca. Luca, ey. Mordakas nrissna. Nein! Nein! Nein, ich war drauf! Ich komm ja nicht mehr hoch, ey. Lutschi, mein Utschi. Und Rutschi, meine Stange. Lutschi, na Tutschi. Oh, Denny, musst du pipi? Nee, grad nicht. Nicht? Nicht, nein, ich muss nicht pipi. Ich möchte gerne ein Croissant für mich. Und einen wunderschönen Kaffee. Und dann setze ich mich an Leitur Eiffel und genieße die Augen. Jetzt machen wir schnell vorbei, hast ja kein Problem. Zieh an mir vorbei, du kleine Schnückelchen. Oh, wie. Oh, wie. Wie war's? Wie war's? Le Brammein. Mh, Mann! Nein! Gott, verdammte Scheiße, ey. Ich muss wieder von vorne anfangen. Oh, ich muss auch von vorne anfangen. Das stört mich ein wenig, äh, mon chéri. Das ist nicht schön, das tut so weh. Das kann nicht wahr sein, ey. Das ist doch richtige Lutsche. Fuck. Fuck. Aua, hauen wir doch nicht. Dann kann die Zuschauer wieder... Könnt ihr nicht auch mal was anderes machen? Wir können uns an Eier rumspielen, Junge. Wann kommt Season 7? Ja, morgen, Junge. Morgen kommt Season 7, ja. Ja, also eindeutig bestätigt von allen Seiten, ja. Also freut euch drauf. Wann hast du gesagt, Peter, morgen um 14 Uhr geht los, ne? Alle fünf Minuten, nein. Ja, äh, alle fünf Minuten. Alle, 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 alle fünf Minuten, kommt in der zehn Minuten Folge. Ja, genau. Leute, what the fuck? Ey, voll der Brain-Fuck, ey. Boah, ich raste aus. Ja, guck mal, wie man sich voll, wie man selber voll überrascht ist, dass man das geschafft hat. Wahrscheinlich kann man das... Nein! Boah, ey, das ist doch echt scheiße. Dann kann man... Das ist rasend. Nein, dann springe ich nicht. Wurdest du früher auch immer von Leitern runtergeschlagen, von deinem Vater. Alter, Brammann, was soll das denn? Ach, was soll das denn? Alter, Peter, willst du mich verarschen? Nein, ich mach. Alter, haut mich doch jetzt nicht immer, Alter. Boah, Peter! Nein, der kommt doch dran an mich. Soll ich immer... Ohne Spaß, der hat richtige Mongos, ey, ganz ehrlich. Boah, jetzt lass mich doch mal da hoch, ey. Weiß? Ja! Nein! Boah! Aua! Und jetzt? Oh, scheiße. Nein, Peter, geh mit nicht. Scheiße, Peter, geh mit überhaupt nicht. Ey, dich einfach schlagen. Ihr seid so spack, ich seh euch nicht. Ja, das ist Pech, Junge. Du, deine ganze Sippe stinkt echt nach krass, nach Kurze. Nach Kurze? Was ist denn Kurze? Nach krass, nach Kurze. Ich will das jetzt hier schaffen. Ich bin, glaube ich, sehr richtig, fand das voll unfair. Aua! Boah, haut mich doch nicht, ihr Apfen, Kinder. Boah, ohne Spaß, halt jetzt lass mich da mal in Ruhe. Peter, willst du mit mir anlegen, ja? Ja, du kannst auch gerne einen aufs Maul haben. Ich hab mich grad voll die Popeye-Fäuste, Junge. Komm, Ram, verzieh die Tour, kleiner Sack-Loot-Schein. Ey, warum kann ich dich nicht schlagen? Bist du im Game-Mode? Nein, bist du nicht. Ich kann dich nicht schlagen. Willst du mich verarschen? Ram, bist du im Game-Mode? Und Spaß, wenn du Relentless ausrülpst und wieder einatmest, riecht das wie Shisha. Wenn du Relentless ausrülpst, dann was? Und wieder einatmest, dann riecht das wie Shisha. Hammer, eklig, und Spaß. Oh fucker. Kotze? Ja, warte, warte, ich muss mich beeilen, dann kann ich Peter noch treffen. Warte, wenn ich jetzt von hier aus springe. Wenn ich jetzt nicht treffe, dann hab ich wohl das jetzt mal aus. Nein! Lol. Boah, dann hat er mal Panik gekriegt, ey. Was soll das denn immer mit dir? Nein, sondern sprintet der nicht, ey. Boah, ist das eine Scheiße. Ja! So eine Scheiße, ey. Ey, das ist doch zum Kotzen abgefuckte Fotze. Da muss ich dich schön klatschen, muss da klatschen, klatschen. Was ist denn zu zweit? Ja, das ist toll, ey. Boah, das ist doch behindert, ganz ehrlich, ey. Das ist doch scheiße. Boah, Peter, Junge, du kannst nochmal so der mit die Kimmel knutschen, ohne Witz. Wir wiffen uns doch nicht direkt damit, ey. Alter, du bist so ein Wichser. Ich hab dich vorhin auch nicht getötet, du Arschlecker. Ich wusste ja nicht, dass du stirbst, Alter. Ja, ich wusste ja nicht. Ach, du kannst nix, ey. Du kannst nix. Wie geil, was hast du denn? Warte, fuck you. Warte, Bram hat die Leiter gerade... Komm, Peter, erzähl uns doch mal was Gescheites, ey. Du hast grad nix zu tun oder such mal ein bisschen unnützes Wissen oder irgendwas Produktives raus. Ja, als wenn du fein produktiv gewesen wärst, als du auf mich warten musstest. Du hast auch nur die ganze Zeit gesagt, hm, bist du schlecht, bist du schlecht, mir ist langweilig. Ja, du sagst ja gar nix, du sagst ja nicht mehr, dass wir schlecht sind. Peter argumentiert wie so ein Kumpfölger. Ja, kann ich gerne machen, oder? Wieso bist du so unfassbar schlecht, ey? Strenk dich mal bitte ein bisschen an, ey. Ja, danke schön, die Motivation brauche ich jetzt. Aua! Ohne Witz, ey. Das kann sich aber kein Mensch mehr angucken, ey. Ich hätt schon tausendmal abgeschaltet. Scheiße. Boah, das kann ich, was? Oh, Mann, springt doch nicht jemand da drüben, da drüben. Ja, aber weißt du ja auch. Alter, Vater. Du musst weiter, Mann, ey. Mach das. Nein! Ach komm, ich geb auf, ganz ehrlich. Jetzt hab ich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich geb auf. Ohne, Leute. Jetzt will ich die Zeit auch nutzen, um was zu schaffen, ja. Boah, Dennis. Na, was denn? Ja, jetzt lass uns doch die Zeit nutzen, ich lass mal was schaffen. Das gibt's doch gar nicht. Mama. Mama. Ist das denn möglich? Möglich. Dass ich den Nippelsprung nicht schaffe. Schaffe. Weil ich so weit weg bin. Ich schaff den Nippelsprung nicht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich schaff den Nippelsprung nicht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das war er schon. Strafe mich nicht mit Hohn. Alter, das ist ja der gleiche Sprung wie gerade hier, um die Ecke. Ja, der geht aber klar. Ne, das ist nicht um die Ecke, das ist anders als gerade. Oh, nein, ich hing daran und dann rutscht er runter, weil er sich mit seinen behinderten, krüppeligen Armen nicht festhalten kann in der Scheiß-Light-Time, meine Fresse. Der ist ja auch Link, Link hat keine geilen Arme, Link ist voller Knall-Lutscher. Oh Gott. Was kann nicht wahr sein, ey? Boah, jetzt werde ich langsam schlecht. Weißt du, ich rösel einfach immer und atme das wieder ein, weil es sich anricht wie Shisha. Es riecht sich an, habe ich auch noch nicht gehört. Anriechen. Ja. Ja, wie anhören oder ansehen, anriechen halt. Ja, ja, 35%. Riecht sich voll gut an, ey. Nein, dann fall ich da runter, das gibt's nicht. Habe ich einen geilen Trendversetter. Habe ich doch nicht. Das war die Rache für gerade, hat es mich auch gebraucht. Weil du so ein Anriecher bist, ey. Boah, jetzt können wir da bitte jetzt mal kurz in Ruhe machen, ey. Ja, komm. Warte, du bist so ein Stück Kot, weißt du. Ich war ein Bratenkot. Boah, ist das eine Scheiße, ganz ehrlich. Boah, kann nicht wahr sein, das ist echt wie Kot aus dem Anus von Peterpoolen, ey. Das ist doch schwul. Wird mal wieder Zeitbram, ohne Scheiß. Ja. Der ist fies, wie gesagt früher. Mama! Boah, leck mich doch am Sack. Ich bin aber auch zu früh abgesprungen, ey. Da habe ich nicht die Nerven bewahrt. Ich habe gehört, morgen kommt Season 7 raus. Alter, Alter! Ja. Ja. Amf... Boah, ist doch Lutschi, ey. Knutschi. Nein! Oh, komm mal, die Wachen. Wir machen es nicht zu spät. Fuck! Videospielhilfe. Oh nein! Nein! Das kann nicht sein. Ja, komm. Scheiße! Nein! Alter! Was war das denn? Musst du nutzen. Erstmal runtergefallen. Nein! Der letzte Sprung! Nein! 31 Sekunden. Nein! Leute, ich bin im ersten Block der Holger-Zamt. Alter! Nein! Wie viel habe ich noch? Nein! 30 Sekunden noch! Boah, ne, komm, Alter. Das darf jetzt nicht wahr sein. Nein! Boah, ich bin einfach viel zu schnell, ich renne immer die Blöcke rüber. Ja. Nein! Wie viel habe ich noch? Nein! 16 Sekunden! Ja, durch! Ja, ich bin auch durch, glaube ich. Nein! Nein! Ja, ich bin schon gerannt, weil der Gang jetzt so mega abgefuckt ist. Und Hanni fliegt. Nein! Oh! Hanni, sei doch mal konzentriert, ey, was soll denn das? Ja! Boah, ich hab mir gut schon erwähnt, wie über Hanni was du das tun kannst. Nein! Boah, fick doch die Oma. Oh, das ist aber ärgerlich. Boah, ich sehe nichts, ey! Mach die mal wenigstens von dem scheiß Block runter, sonst sehe ich nicht, wann ich abspringen muss, Bram. Ja, ist ja gut. Du kannst den Boden hier voll machen, wie du willst. Mach die wenigstens von den Blöcken runter. Ja, ist ja gut, eure Fackigkeit. Was I receive. Nein! God! Da war ich mir so sicher, dass ich es nicht schaffe, ey. So, jetzt war ich da, Peter. Fuck! Boah, dieser eine Sprung war ganz ehrlich. Aua, Aua! Aua, ey, Alter, ich war da oben auf der Leiter drauf. Bist runtergefallen, Adi. In einem Arsch, Junge, bin ich runtergefallen, hab damage gekriegt, du Penner. Damage gekriegt, du Penner. Was für ein Babyhund, zieh das rein. Ein Einzelner. Aua, bin ich knufig. Aua, das ist ein Kinder, ey. Alter, ich bin langsamer. Du hast mir Slowness gegeben, du Penner. Nur eine Minute, ich wollte gucken, man das merkt. Ja, und ich wundere mich schon, warum ich den Sprung nicht mehr schaffe. Ja, komm, hier hast du mich. So, ho, ho. Alter, ich bin langsamer geworden, what the fuck. Ja, bis zum Morgen, bro.